Dieses zu veräußernde gut gepflegte Neunzimmer-Einfamilienhaus steht in Königstein Königstein im Taunus. Das 1978 erbaute Drei-Etagen-Haus wurde 2010 saniert. Für Wärme sorgt eine Ölzentralheizung. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 933 Quadratmetern bietet das Haus eine Wohnfläche von ca. 470 Quadratmetern. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 995.000 Euro. Wir informieren Sie gerne unter eingeblendetem Kontakt näher. Untertitelung des ZDF, 2020